Agiles Arbeiten ist für mich ein Arbeiten auf Augenhöhe. Ein Arbeiten auf einer Vertrauensbasis, wo wir miteinander weitergehen, wo wir inkrementell und iterativ optimieren. Was ist Agiles Arbeiten für dich? Fast dasselbe. Für mich ist Agiles Arbeiten inkrementell und iterative Entwicklung mit viel Kundenfokus. Da sind wir uns ja schon mal einig. Genau. Aber was gibt es da eigentlich für Werkzeuge? Ich meine jetzt Agile Doing. Ja. Es gibt ja Agile Doing und Being Agile. Fangen wir mal mit Agile Doing an. Genau. Welche Methoden und Werkzeuge kennst du da, die man da einsetzen kann? Ich bin noch nicht so lange dabei, aber zwei Dinge sind mir schon über den Weg gelaufen, und zwar das ist Kanban. Kanban als Framework und Scrum als Framework. Ich persönlich arbeite gerade sehr viel im Scrum-Kontext. Ich darf da ganz viel auch lernen mit dem Kunden, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, den Kunden als unsere Kunden, aber auch die Endnutzer als Kunden. Also hier diese zwei Seiten nochmal. Scrum ist, finde ich, ein total gutes Framework, um iterativ und inkrementell, wir haben es schon mal gesagt, Software zu entwickeln. Und wir verwenden Scrum hier ganz klassisch, aber auch in manchen Projekten nur Elemente davon, je nachdem, wie es am besten passt. Ja. Und Scrum passt meiner Meinung nach am besten, wenn ich etwas Neues entwickeln will, ein neues Produkt. Und Kanban nehme ich dafür her, wenn es serviceorientiert ist. muss es nicht unbedingt nur für Entwicklungsabteilungen gelten. Es kann eigentlich jede Abteilung in jedem Unternehmen, auch im Privaten eingesetzt werden. Wichtig ist, dass diese Frameworks und der ganze agile Gedanke eigentlich eine Kultur definiert. Das ist eine Philosophie definierter Zusammenarbeitskultur. Und das funktioniert nur, wenn alle in dieser Kultur arbeiten. Ja, und dazu brauche ich das notwendige Mindset. Theresa, was ist jetzt ein agiles Mindset? Das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist das Wichtigste am agilen Mindset, dass die Menschen wichtiger sind, noch als die Prozesse. Prozesse sind wichtig und wir brauchen sie, um miteinander gut zu arbeiten. Aber der Mensch sollte noch viel mehr im Mittelpunkt stehen. Also ob das jetzt der Kunde ist, der eine App nutzt oder der Kunde, der eine Software in Auftrag gibt oder der Kunde, der tausend Sachen in Auftrag gibt. Für mich ist das Wichtigste, dass das Mensch zentriert dabei ist, dass die Menschen wichtiger sind als die Prozesse. Für mich ist der Vorteil von agilem Arbeiten, dass wir auf Augenhöhe mit dem Kunden arbeiten. Dass wir transparent und offen mit ganz viel Vertrauen an die Sache rangehen. Das ist mal so die Grundhaltung. Dann gibt es natürlich immer die zwei wichtigsten Fragen. Ist es günstiger, agil zu arbeiten oder geht es schneller, agil zu arbeiten? Heinz, wie siehst du das? Ist es schneller, wenn wir agil arbeiten? Kommen wir schneller ans Ziel? Nicht unbedingt. Mit agil kommt das raus, was der Kunde braucht und nicht nur das, was er will. Wir haben ein definiertes Budget und wir haben definierte Deadlines. Die halten wir mit agil ein. Was variabel ist. Das ist der Inhalt. Wir können die Zukunft nicht vorhersehen. Aber wir haben immer die Chance, indem wir inkrementell arbeiten, dass wir iterativ arbeiten, dass wir nach jeder Iteration, weil Scrum heißt es Print, relativ stabiles Produktinkrement liefern können und der Kunde nach jedem Sprint entscheiden kann, okay, das ist für mich jetzt gut genug. Ich kann ausliefern, was natürlich den Vorteil hat. Er könnte sich Budget sparen und unter Umständen schneller auf dem Markt sein als ein Konkurrent, was im klassischen eigentlich nie funktioniert hat. Weil ich kannte ja im klassischen Sinne niemals den Status eines Produkts. Ich habe bei Änderungen, auf gut Deutsch gesagt, immer auf dem instabilen Zustand eines Produkts entwickelt, weiterentwickelt, neue Features implementiert und in den Test-Cycles halt endlos viele Bugs produziert habe. Das spare ich mir mit agilen Arbeiten. Das heißt, es ist weder immer günstiger noch immer schneller, aber der Vorteil ist, dass der Kunde genau das bekommt. Das ist brauchbar. Ja, wunderbar. Agil heißt ja, ich entwickle das Richtige richtig und zwar effizient und effektiv. Das ist das Ziel. Ich glaube, ein anderer Vorteil an der agilen Arbeitsweise ist, dass wir, wie du es gesagt hast, inkrementell arbeiten. Das heißt, das Ziel steht fest, aber wir gehen in kleinen Schritten und wir schauen nach jedem Inkrement, das wir hoffentlich dann auch auf den Markt bringen können, wie es aussieht, wie das Produkt ankommt. Wir machen ganz viele Nutzerabfragen und schauen, okay, wie kommt das Produkt jetzt an? Und das ist natürlich schön, weil wir dann immer noch besser werden können und diesen Weg einfach mit dem Kunden entlang gehen können. Und dafür helfen auch unsere Workspace. Wir können einfach auf Änderungen reagieren. Genau. Und zwar Änderungen auf einen stabilen Produktzustand einbauen, was die Qualität natürlich auch erhöht eines Produkts. Und deswegen ist es so wichtig, oft und schnell Feedback von Kunden zu kriegen und zu schauen, ist man auf dem richtigen Weg. Ist es das, was der Kunde braucht? Und mehr oder weniger nach jeder Iteration entscheiden können, jetzt ist es gut genug. Es ist ganz einfach, weil es Agile nicht für alle eignet. Ich bin mal über die Frage gestorbert, wenn Agile die Lösung ist, was war dann das Problem? Das ist eine gute Frage. Und die Antwort wäre einfach, okay, Agile nehme ich her, wenn ich mich im hochdynamischen Marktumfeld befinde, wo ich Konkurrenz habe, wo viele Änderungen kommen, in einem hochkomplexen Umfeld, in einem stabilen Marktumfeld mit einfachen Aufgaben eignet sich vielleicht auch was anderes. Da würde Agile eigentlich Schaden anrichten in einem Unternehmen, kommt immer auf das Umfeld in dem Unternehmen an. Klassisch organisierte Unternehmen im stabilen Marktumfeld würde sich Agile überhaupt nicht eignen. Und das ist das Schöne hier bei Xitaso, dass wir auf Neukundenanfragen nicht einfach Scrum draufwerfen, sondern wir schauen, was eignet sich am besten. Sind das agile Methoden, agile Elemente oder ist es ein gesamtes Framework, was wir dann verwenden können? Und so schauen wir, dass wir auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen und nicht einfach nur per se agil machen, oder? Ja, es gibt keine Blaupause für Softwareentwicklung. Das ist alles sehr individuell. Zusammen mit dem Kunden den Weg gehen. Wir schauen, dass wir eine Win-Win-Situation herbringen. Wenn der Kunde zusammen mit unserem Geschäftsmodell entwickeln will, gehen wir vielleicht in Richtung Design Thinking. Will er ein Geschäftsmodell verproben? Machen wir vielleicht Design Sprints? Ist es ein Startup-Unternehmen, wo ich sage, hey, wir haben gar nicht so viel Budget, wir müssen schnell schauen, ob unser Geschäftsmodell Erfolgschancen hat im Markt. Dann entwickeln wir vielleicht Minimal Viable Product zusammen. Wenn sich das herausstellt, okay, in die Richtung können wir gehen, dann können wir mit Kanban oder Scrum die Produktentwicklung angehen. Wichtig ist, dass wir das zusammen mit dem Kunden machen, dass wir, und jetzt komme ich wieder darauf zurück, inkremental und iterativ arbeiten. Einfach, wie es der agile Guru sagt, welcome change, auf Änderungen reagieren zu können. Ja. Software ist People-Business. Das ist so der Kernsatz, den wir hier bei Xitaso leben. Und am liebsten machen wir das mit den agilen Methoden, mit agilen Frameworks und mit den Kunden.